Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche ein aktverlängerndes Präservativ. Also, ein Kumpel von mir, der hat... Ja, Sie wissen schon. Es ist ihm peinlich, selber in die Apotheke zu gehen. Schauen Sie, ich hätte hier Durex Performa mit Benzer Queen beschichtet. Benzer Queen ist ein gesundheitlich unbedenkliches Lokalanästhetikum, also eine Art Betäubungsmittel, das die Ejakulation deutlich hinauszögert. Es funktioniert ungefähr so durch Körperwärme, also die Reibung an der Scheidenwand Ihrer Partnerin oder die Afteröffnung Ihres Partners. Verflüssigt sich die Creme, die im Kondom enthalten ist, die läuft dann automatisch über Ihre Eichel und dann... Nein, nicht meine. Über die des Freundes, ist mir schon klar. Der Kinocast. Hallo hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Und mit mir, also ich bin der Erik, mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Hallo. Hallo. Und ich kann mich jetzt erstmal ein bisschen schonen, weil ich war nicht das Sneak Preview diesmal. Das heißt, es müsste jemand anders mal die Sneak Preview vorstellen. Aber wir haben dann später noch normale Filme, die wir gesehen haben außerhalb der Sneak Preview. Dann haben wir wieder neue Trailer für euch. Und da lasst euch einfach mal überraschen, was dann also kommt. Wir haben ja auch noch diese kleine Sonderaktion laufen. Da gebe ich mal kurz einen Zwischenstand. Das kommt dann aber erst am Schluss. Und jetzt würde ich gerne mal von jemand von euch was über Safari hören. Match me if you can. Ja, Safari. Das ist eigentlich bekannt als der Internetbrowser schlechthin. Ach so. Ich dachte, das geht eher um eine Jagd. Aua. Ja, lustigerweise. Darum geht es auch. Safari ist eine App, eine Handy-App, sowas ähnliches wie Tinder. Kenne ich nicht. Was ist das? Ähm. Oh, jetzt hätte ich drei Sachen gerade fast gesagt, die wirklich falsch rübergekommen wären. Ähm. Ne, mach einfach weiter. Hausaufgabe für Erik fürs nächste Mal. Bei Tinder anmelden und ein paar Matches sammeln. Bei Tinder anmelden und gucken, was da rumkommt. Da kannst du nämlich, glaube ich, Safari nachspielen. Also Safari ist so die App, um sich schnell zu treffen und dann ganz knickknack schnell in die Kiste miteinander zu steigen. Und erzählt wird die Geschichte von verschiedenen Personen. Zum einen dem Pseudopiloten Harry. Dann haben wir das Social-Media-Sternchen Lara. Äh. Äh. Dann die Frau von Harry, das ist die Aurelie, die ist Psychologin und therapiert. David. David ist natürlich, und die sind alle bei Safari angemeldet. Äh. David trifft sich dann mit der Mona. Die Mona ist 50 Jahre alt und Mutter und ihre Tochter wohnt noch bei ihr mit 23 oder sowas. Und auch das ist noch so, ähm, die treffen sich und die Tochter hat einen Freund und dann irgendwie doch nicht mehr. Dann gibt es noch den Live, den alle ganz arg toll finden. Der ist auch alleinerziehender Papa. Äh. Wen habe ich noch? Es gibt noch, ah ja, es gibt noch Fanny, die, äh, gerne irgendwie so familienmäßig unterwegs wäre, aber auch so künstlerisch ist. Und da gibt es noch Arif und Arif macht so Erklärvideos, wie man Frauen rumkriegt. Die guckt sich natürlich der David wieder an. Pickup Artist sozusagen. Ja, genau. Und ja, es ist dann so, über, über Safari lernt man sich dann kennen, landet dann im Bett, erlebt dann kurz eine lustige, in Anführungszeichen, lustige Geschichte vielleicht miteinander. Und dann geht es weiter und es zeigt dann quasi wie, wer mit wem verknüpft ist. Also darum geht es eigentlich in diesem Film, äh, wer mit wem und warum. Und halt, es wird versucht darzustellen, dass man aus verschiedenen Schichten kommen kann, aus verschiedenen Richtungen kommen kann, sich das anschauen kann. Und ja, ähm. Ich habe mir kurz vor der Sendung den Trailer angeschaut und da gab es so zwei Szenen mit dazu. Die eine war ganz, ganz furchtbar. Da ist ein Typ irgendwie bei so einer Therapeutin oder sowas und hat eine Erektionsstörung. Genau, das ist David, der hockt bei der Aurelie. Ah, okay. Aber. Der hat keine Erektionsstörung und der kommt einfach zu früh. Ja, ähm, kam jetzt so genau nicht raus, weil der geht doch irgendwann in die Apotheke, dann irgendwie Kondome gehen. Egal. Ähm, aber dann war eine ganz nette Szene, weil ich mag ja den Sebastian Betzel, der ja auch in dieser, ähm, hier Winterkartoffelknödel und, äh, Dampftelplus. Der, der, der verkörpert den live, den alle so ganz aktuell finden, den alleinerziehenden Papa. Genau, der steht dann so an der Ampel. Die Szene fand ich eigentlich ganz, ganz nett, aber es ist halt die Frage, wie der restliche Film ist. Also er steht an der Ampel, ähm, mit dem Fahrrad und, ähm, ja, tippt da irgendwas in sein Handy und daneben ist eine, eine, eine Frau, die tippt irgendwie auch in der Dating-App rum. Ähm, also beide stehen eigentlich nebeneinander, sie bräuchten eigentlich nur mal sich angucken, aber trotzdem sind sie da in der digitalen Welt, versuchen sie da ihr Glück zu finden, anstatt mal in der realen Welt sich umzuschauen. Ähm, äh, thematisiert der Film das so ein bisschen, dass, dass man eher so in der digitalen Welt unterwegs ist und die reale ein bisschen vergisst, oder? Ja und nein, also nicht wirklich. Es ist wirklich dieses, äh, ich hab jetzt Bock auf irgendjemanden, ich kluck mich kurz bei Safari rein und guck, was passiert. Eigentlich suche ich die große Liebe oder doch was für nebenher. Und, ja, es ist, also getarnt ist der Film als Komödie. Ähm, arg viel zu lachen fand ich jetzt, gab's dabei nicht. Bei dem Trailer hab ich auch nicht ein einziges Mal, also bei den Trailer und bei den Szenen gar nichts. Ja, wenn es, wenn es als Satire gedacht ist für all das, könnte man sagen, also für grad diese, diese digitale Welt und alles, äh, würde ich sagen, okay, da kann man vielleicht noch drüber reden, aber insgesamt ist es einfach, ha, es spielt in München, da ist es halt wirklich, äh, der, der absolut, ja, der absolute Bringer. Das Ding, dass man bei Safari ist, Foto rein, ein paar persönliche Angaben, sexuelle Präferenzen, natürlich ganz arg wichtig. Und dann, zack, äh... Da war irgendwas mit einer 71. Ja, genau, weißt du, was die 71 ist? Ja, das wird im Trailer schon, also werden wahrscheinlich schon die besten Witze dann schon. 71 ist die 69 nur mit Finger im Po jeweils. Ja, ähm, es ist halt wirklich so ein Episodenfilm und, äh, es, ja, ich, ich muss dazu sagen, es gab welche, die haben den Film wirklich gefeiert, was ich durchaus ja auch vielleicht für, für die Personen dann auch verstehen kann, ist ja schön. Ich hab ihn nicht gefeiert, deswegen bin ich auch so ein bisschen negativ. Ähm, es ist halt wirklich voller Klischees gepackt, der Film, also ganz, ganz, ah, ja, ganz, ganz schlimm teilweise. Es ist jetzt nicht so der Pipi-Kacka-Humor, es ist aber ganz viel Fremdschämen und ganz arg viel Facepalm dabei. Äh, es ist, für mich war es wirklich sehr, sehr selten witzig, es war weder tiefgängig oder noch irgendwas anderes, noch, wie gesagt, mir hat so in alle Richtungen was gefehlt. Es war keine, für mich keine frische Idee und wenn man dann was umsetzt, was keine frische Idee ist, sondern irgendwas nimmt, was schon mal irgendwie da war, dann versuche ich wenigstens was Neues reinzubringen. Aber auch das hat in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert. Also das war nicht ansatzweise da. Also ich war wirklich, ich muss, ich muss sagen, ich hab auch den Trailer gesehen, ich war auch schon so, uh, was könnte da kommen. War schon, ich hatte schon so eine negative Grundstimmung. Ich geb's auf und zu, ich war schon so ein bisschen vorbelastet. Soll man ja nicht sein, aber war ich in dem Fall trotzdem. Und ich muss sagen, das, was ich von dem Film erwartet habe, ist überhaupt nicht eingetreten. Es ist wirklich in eine andere Richtung gegangen, aber auch die war nicht besonders gut. So, und ja, es ist, in meinen Augen ist es fürchterlich vorhersehbar, sowohl wie die Story verläuft, als auch Dialoge. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich Gutes darüber sagen könnte. Es gibt ein paar Nacktszenen, ja, okay. Ah, das wäre noch meine Frage gewesen, weil der Film sah ein bisschen nach Fernsehfilm aus. Dann wurde aber ein paar Mal so ein bisschen was thematisiert, dass da irgendwie, man sah mal, wie eine gerade so blank ziehen wollte. Und dann kam der Schnitt. Jetzt ist die Frage, ist das in dem kompletten Film? Also, wenn ich es richtig gesehen habe, ist so gut wie jede weibliche Darstellerin auf jeden Fall einmal nackt zu sehen. Und ich glaube, ein Kerl ist auch nackt. Das war der David, der Max Mauf, dem sein Schwengel darf man betrachten. Also, es ist doch nicht so fürs Nachmittagsfernsehprogramm beim ZDF, wenn die blank ziehen. Nein, auf gar keinen Fall. Obwohl, heutzutage inzwischen doch schon, inzwischen, ja. Weil da war auch irgendwas thematisiert mit, ja, mit Fifty Shades of Grey und sowas. Also, von daher. Im Trailer. Jetzt habe ich schon mehr gelacht als... Kate, warst du da eigentlich auch drin in dem Film? Ja. Ja, achso, du sagst nichts. Ja, ich komme nicht dazu. Dir hat es so gut gefallen, das muss dir einfach hier, das muss einfach losgehen. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass es bei solchen Filmen, für solche Filme bin ich zu prüden. Gab es schon mal einen Film, haben wir schon mal festgestellt. Ich fand den ganz schlimm. Also, der Kirst, der macht ja meistens noch vor, dass er eine Geschenke macht. Und bis er dann reinkam, da hatte der Film ja schon angefangen. Und in diesen gefühlten zwei Minuten... Wolltest du schon wieder gehen? ...waren die ersten drei schon nackt. So. Ja, das ist ja per se erstmal nicht schlecht. Das ist ja eher... Doch. Also, nee. Also, wenn ich jemanden nackt sehen will, gehe ich an einen FKK-Strand. Ja? Da muss ich nämlich nicht ins Kino flüssig sein. Da musst du aber selber auch nackt sein. So. Und dann... Das ist sonst verpönt, wenn man so guckt. Ja. Oder es muss jemand sein wie... Weiß nicht. Mir fallen da ein paar andere Männer ein, die ich gerne mal nackt sehen würde, als irgendjemand hier rein aus dieser Disque. Nein. Also, was ich halt... Was ich fast gestellt habe, was der Film schon transportiert ist, diese Message, dass im Internet nicht... Dass die Person nicht die ist, die sie wirklich ist. Ja? 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 Die Mona, die fast 50 ist, gibt an, sie sei Mitte 30. Ja? Nehmt irgendein Jugendfoto von sich. Die Social Media Maus gibt an, sie sei ja voll Virgin und oh, nur Bioprodukte und ha-hai, Foto hier, Foto da. Und abends und Nacht leben lässt es krachen, ja? Ja, liebe Hörer. Also, diese Fake-Realität, die im Internet gespiegelt wird. Liebe Hörer, bis jetzt dacht ihr auch, ihr würdet uns kennen vom Kinocast. Ich habe falsch gedacht. Wir sind ganz anders. Ja, also, ich finde das transportiert der Film ganz gut und das war es aber auch. Ich fand die Schauspieler nicht besonders gut. Die Fanny ging mir megamäßig auf den Wecker. Die hat total den Psychoknall gehabt, ja? Ne, boah, ne. Wie ist denn insgesamt so im Saal die Stimmung gewesen? Weil üblicherweise gibt es dann doch einige, die das gut finden, sich da kaputt lachen. Da gibt es auch bei uns in der Reihe jemanden, der lacht dann über jeden Käse. Ne, den habe ich nicht gehört. Da war erstaunlicherweise Ruhe, ja. Es gab welche, die wirklich auch gelacht haben. Am Ende gab es gar nicht raus. Wie gesagt, es gab welche, die das schon ein bisschen auch gefeiert haben. Beim Rausgehen habe ich auch gehört, dass einer gemeint hat, oh, hoffentlich ist das wirklich eine Parodie gewesen auf dieses Zeug und nicht ernst gemeint. Und wie gesagt, geteilt, geteilt. Weil es gab ganz viele, die ziemlich genervt waren. Also wir haben in der Sneak-Gruppe hier bei Facebook, haben wir Leute, haben wir Punkte von 2 bis 10. Ist alles dabei. Oh, bis 10. Es gibt jemanden, der hat 10 Punkte gegeben. Den kennen wir sogar. 9 Punkte, 8 Punkte. Wobei ich glaube nicht so, dass es wirklich ernst gemeint ist. Hat da jemand das Voting-System vielleicht missverstanden irgendwie? Vielleicht war das auch wieder für die Erfahrung. Das muss ich mal gucken. Das kann auch sein, ja. Also machen wir es kurz. Es war ein Film, den ich nicht ein zweites Mal anschauen würde, wenn er irgendwo läuft. Ach, ich weiß, jetzt sehe ich das auch, wer das war. Na gut, das sind auch welche, die ein bisschen seltsamen Fußballgeschmack haben und so. Obwohl, nee, der hat ja zu München eine gewisse Affinität. Vielleicht hat ihm das da irgendwie noch ein bisschen was gegeben, der Film. Wenn man da irgendwie Ecken gesehen hat, wo man sich auch manchmal rumtreibt oder so. Also ganz ehrlich, klar geht es ein Publikum für den Film. Und zwar ganz ehrlich, die jungen Leute. Ich will den, also ich fand den Film einfach nur zu doof. Weil ich gehe für sowas nicht ins Kino. Ich glaube, das ist was eher für die jüngere Generation. Das klingt, wie jetzt, ob du voll die Oma wärst. Nein. Aber du weißt, wir gucken so viele Filme. Irgendwann habe ich einen gewissen Anspruch an Filme. Und ich habe auch einen gewissen Anspruch an deutsche Filme. Und hier mit irgendwelchen Sachen. Die Social-Media-Tante, die haut da irgendwas vom Stapel. Mit Wörtern, von denen habe ich noch nie was gehört. Und am Ende ihres Satzes steht das ganze Kino da und denkt so, was hat die gesagt? Und ich glaube, dass Teenager das verstehen. Ich glaube, der Film ist eher was für Teenager. Oder für so 18 bis 25. Ah, weiß nicht. Das glaube ich, da kommt der Ehre an. Wenn sich da so alte Leute daten in dem Film. Ich weiß nicht, ob das da so sehr für Teenager interessant ist. Naja, der Älteste ist diese Aurelie. Das ist die Frau. Ich möchte aber mal... Weil du hast ja gesagt, wahrscheinlich ist es eher so für Jüngere. Es gibt eine Webseite, die heißt programmkino.de. Die beschäftigt sich eher mit so arthausigen Sachen. Und die hat bei Moviepilot geschrieben, flott inszeniert und mit witzigen Dialogen ist der Film unterhaltsam. Alle Bemühungen und Tiefsinn wirken da eher störend. Sieben von zehn. Aber das war jetzt nur mal eine einzelne herausgegriffen. Aber naja. Also vielleicht für den Sommer, jetzt im Sommerloch da, wenn nichts weiter passiert. Irgendwie da so eine leichte Komödie da vielleicht in irgendeinem Freilichtkino kann man das mal mitnehmen. Vielleicht, ich weiß nicht. Ihr immer sich da was Tiefgründiges anschaut. Ja, okay, wenn man viel Zeit übrig hat. Ansonsten kann man auch Gras beim Wachsen zuschauen sehen. Moment, Moment. Es gibt ja noch eine Kategorie, die darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Die sogenannten Date-Movies. Das heißt, so Filme, in denen du mit jemandem reingehst, den oder die du datest, in der Hoffnung, dass du hinterher ein bisschen Gesprächsbedarf hast oder so, dann über bestimmte Themen, dass der Film irgendwas aufmacht. Ist das denn wenigstens so ein Film? Oder wir Männer nennen das eher so Dosenöffner-Film. Ah ja, nein. Nein, auch nicht, okay. Na gut, ja. Also, was gebt ihr so punktemäßig? Drei. Drei. Kate? Drei. Auch drei? Ich dachte, ihr liegt weiter auseinander. Nee. Nee. Ach, hier steht es ja schon. Hättest du ja lesen können. In der Parallelsneak bei euch kam Action Point. Und das ist tatsächlich ein Film, der mich wirklich interessiert hätte. Ja, mich auch. Ach so. Aber auch nur, weil du den anderen jetzt nicht so gut fandest. Nee, ich hatte, die Kollegen von den Leinwandperlen hatten denen das Sneak Preview. Die haben zwar auch nicht so wahnsinnig gut über Action Point geredet, aber das ist halt von dem ehemaligen Team von, ähm, Dings hier, ähm, hier Johnny Knoxville und so, ähm, ach, ich komme gerade hier auf den Namen. Jackass. Jackass, genau. Und das ist wohl in den richtigen Film eingebettet, also nicht wie diese Jackass-Kinofilme oder wie die Jackass-Serie, die eigentlich nur so Stunts waren, sondern das ist halt so ein richtiger Kinofilm, da hat irgendwie einer so ein, so ein, so ein Vergnügungspark da geerbt oder übernommen und der läuft nicht so richtig. Und dann kommen sie halt auf die Idee, sie brauchen da mehr Nervenkitzel für die Leute und überdrehen das alles irgendwie die ganzen, also das fährt alles viel schneller und viel wilder und dann müssen die natürlich auch etliche Sachen ausprobieren und machen alles dann selber und, ähm, ja. Das hätte mich tatsächlich interessiert aus meiner alten Leidenschaft für Jackass und so, aber der ist ja nur auch an mir vorbeigegangen, wobei der hier, der Action-Point, der hat auf Moviepilot noch eine schlechtere Wertung als der Safari, der hat nämlich nur 3,6 von 10 hier im Durchschnitt. Also war wohl kein so erfolgreicher Sneak-Montag, bis auf manche, die da 10 Punkte geben. Wie sieht's denn mit den Tipps für morgen aus? Da bin ich ja wieder am Start, wenn, ja, da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Ist ja selten, dass ich... Morgen bist du wieder am Start, ja. Okay, morgen gibt's auch wieder zwei Filme in der Sneak, und zwar die 962a ist ein Zitat von Arthur Schnitzler. Wer kennt Arthur Schnitzler? Da war ich übrigens sehr überrascht. Kennst du Arthur Schnitzler? Arthur Schnitzler sagt mir an sich was, irgendein Philosoph oder sowas, ein Deutscher, ne? Ja, genau. Es waren nämlich tatsächlich Germanistik-Studenten da, die kannten Arthur Schnitzler, die konnten nicht bestätigen, dass es den wirklich gibt. Und das Zitat ist, wenn der Hass feige wird, geht er maskiert in Gesellschaft und nennt sich Gerechtigkeit. Und Sneak B ist einfach nur Achtgangsschaltung. Ich hab da so den Verdacht, dass sich viele von dem Tipp vielleicht abschrecken lassen, weil die denken, oh, da kommt bestimmt irgendwas ganz, ganz Schweres irgendwie so. Vielleicht sollte, du sprichst doch manchmal mit dem Kino, die da die Tipps machen, du weißt das selber. Den Tipp hab ich gemacht. Achso, den hast du gemacht, oje. Ich glaube, das lockt natürlich jetzt nicht so viel ins Kino, wenn du so einen Tipp machst. Wer hat sich so Mühe gegeben, der saß beim Essen, hat nicht mit uns geredet, ungefähr eine Viertelstunde lang und dann hieß es, so, jetzt ist Tipp A fertig. So, ja, also hat sich mega Mühe gegeben und du zerreißt den Tipp. Ja, ich denke halt eher so. Ich glaube, wenn der Erik mitkommt und den Film sieht, der kommt, wird er seinen Hut ziehen vor meinem Tipp. Das mag sein. Also ich komme ja auf jeden Fall mit und werde mir auch den Film anschauen. Ich meine nur, dass der Tipp, also rein marketingtechnisch, weil viele lesen ja auch hier in der Sneak-Gruppe, bevor sie dann ins Kino gehen, sagen, oh nee, um Gottes Willen, was soll denn das für ein Film sein, da gehe ich nicht. Okay, das heißt, ab sofort Tipps, Tipp für nächste Woche, Action, Titten und Explosion. Ja, so ungefähr, Sex, Gewalt und gute Laune, so hieß es doch früher immer. Gab es früher so eine VHS-Filmserie von Filmstudenten, Sex, Gewalt und gute Laune. Kling, kling, hervorragend, ja. Also, was sind denn da für Hinweise eingegangen, Kate? Also wir haben drei Tipps insgesamt. Für die A-Sneak-Sneak wird getippt The Domestics und Werk ohne Auto. Das habe ich doch getippt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, weil da bin ich so penetriert worden. Achso, sorry. Ja, Entschuldigung, in der Sneak B wird getippt Bad Spice. Okay. Ja, das, nee, mit diesem Werk ohne Auto, das ist irgendwie, hat was mit Bertolt Brecht zu tun, mit so einer Aufführung und so. Und ich dachte, so Arthur Schnitzler und Bertolt Brecht, beide Dramatiker, beide Schriftsteller. Dachte ich, vielleicht passt das irgendwie. Und da geht es wohl auch darum, um ein Stück, was da aufgeführt werden soll. Das ist quasi so ein Film, der das beschreibt, wie dieses Theaterstück entsteht. Und da hat nämlich schon der Filmverleih schon seit Wochen irgendwie penetriert, dass der Film rauskommt. Ja, aber The Domestics können natürlich auch sein, weil es spielt so in so einer Endzeit-Welt und wo halt wirklich alles schon vor die Hunde gegangen ist und das könnte auch sehr gut passen auf den Tipp. Ja, vielleicht sogar noch besser als das mit dem Bertolt Brecht. Ja, da bin ich mal gespannt, was da morgen kommt. Vielleicht kommen ja noch mehr Tipps. Ja, liebe Hörer, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, wenn ihr denkt, ach, ist da völlig Banane, was da bereits getippt wurde. Ja, dann geht auf Facebook und klickt euch rein bei Metropolsneak, alles zusammengeschrieben. Werd da einfach Fan oder Mitglied. Nee, Mitglied muss man nicht werden, nur gefällt mir. Und dann könnt ihr auch da mit tippen. Zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre. Schauen wir doch mal in die gesehenen Filme rein. Und dann fängt doch, denke ich mal, die Kate an mit ihrem Jungle. Und dann mache ich einen und dann kannst du noch mal. Ja. Jungle, da lief auch Sky, ne? Ich habe zwei wunderbare Filme geguckt dieses Wochenende. Der erste davon ist Jungle. Und das hat tatsächlich nichts mit den Darstellern zu tun, dass ich den sehen wollte, sondern mit der Geschichte. Denn es ist wieder mal ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, was ich ja sehr, sehr liebe. Und es geht um einen jungen israelischen Abenteurer. Und der ist 1981 in Lateinamerika unterwegs und trifft dort in Bolivien auf zwei Jungs, den Markus und den Kevin. Und die drei wiederum treffen auf einen Aussteiger, der kommt ursprünglich aus Österreich, auf Karl Ruprecht. Der wird übrigens gespielt von Thomas Kretschmann und der Hauptdarsteller Jossi wird gespielt von Daniel Radcliffe. Und der Karl behauptet halt, dass er weiß, wo im Amazonasgebiet ein verborgener Stamm ist, den noch nicht wirklich viele lebend gesehen haben und er wüsste den Weg dorthin. Und der Kevin, der ist Fotograf und möchte gerne mal in National Geographic mit seinen Fotos reinkommen und so. Und die drei sind halt total Backpacker und reisen gern und sagen, ja klar, warum nicht? Einmal quer durch den Amazonas, klingt doch nach einer super Idee. Und machen sich tatsächlich auf den Weg mit dem Reiseführer quasi. Und ja, auf dem Weg dorthin gibt es aber allerdings Probleme. Denn einer von den drei Jungs, und zwar der schwächste, quasi der jüngste, der Markus, kriegt Probleme mit den Füßen. Er kann irgendwann nicht mehr weiterlaufen. Die haben halt 1981, hatten die noch keine Trekking-Schuhe wie heutzutage. Der hat aufgerissene, blutende Füße und kann nicht mehr weiterlaufen. Dann bauen sie ein Floß und wollen auf den Fluss weiter. Das funktioniert am Anfang ganz gut, bis dann die Stellen kommen mit den Stromschwellen. Und dann kommen sie nicht weiter. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann lösen die vier sich quasi auf in zwei Zweierteams. Der Haupt, der Führer, der österreichische Führer, passend irgendwie, Karl, geht mit dem Fußkranken auf den Rückweg. Und Jossi und Kevin wollen weiter. Die sind noch fit. Die wollen weiter. Die wollen dieses Dorf entdecken. Und ja, dann geht die Reise von den beiden wieder mal schlecht aus. Die beiden kommen irgendwie in Stromschnellen. Das Floß wird zerstört. Die beiden werden voneinander getrennt. Und Jossi ist ab diesem Zeitpunkt auf sich allein gestellt. Und muss versuchen, im Amazonas zu überleben. Und Kevin versucht, ihn zu finden. Und das ist, also es ist ein bisschen wie, was habe ich überlegt? Das ist ein bisschen wie The Beach. Damals mit Leonardo DiCaprio. Der ja auch so im Dschungel ist. Und dann so, auch so, der isst dann irgendwas und kriegt dann voll den, voll den, ja, voll den Trip. Ja. Und das ist teilweise auch in ähnlichen Perspektiven. Und er versucht, er guckt, was er essen kann. Er guckt, wie er vorankommt. Und ja, er greift auf die übelsten Mittel zurück, um zu überleben. Und ja, wie es ausgeht, sage ich jetzt natürlich nicht. Klar. Ich habe am Zwischendurch, habe ich mich auch mal an Into the Wild erinnert. Weil da ist ja auch der Junge, der dann nicht mehr zurückkommt wegen dem reisenden Fluss. Und dann versuchen muss, zu überleben. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus Abenteuerfilm. Und ja, richtig, also ich fand ihn richtig gut. Mir machen solche Filme Spaß. Daniel Radcliffe in einer komplett anderen Welt. So leiden zu sehen da, irgendwelche Fußkranken, wo die Blut, die dann leiden so. Also ich leide da halt, also ich gehe da richtig mit, also ich fieber da mit, mit den Leuten mit. Ach so. Ja, also wie bei Into the Wild, da habe ich ja geheult wie ein Schlosshund. Ja, hier habe ich wirklich mitgefiebert. Hier hatte man jetzt nicht das Gefühl, man muss die ganze Zeit weinen, weil es so dramatisch ist. Sondern hier ist wirklich, oh Gott, was tut er als nächstes? Und kann Kevin ihn finden? Kevin. Okay. Kevin Gale halt. Kevin Can't wait. Richtig, richtig cooler Film. Und wie gesagt, auf wahren Begebenheiten, Daniel Radcliffe in einer ganz anderen Rolle, als wie wir ihn bisher kennen. Er wird immer Harry Potter bleiben, gar keine Frage. Aber er versucht auch aus dieser Rolle auszubrechen. Das hat er schon in ein paar Filmen versucht und meiner Meinung nach auch geschafft. Und auch hier wieder macht er das hervorragend. Also bei Moviepilot, die sagen alle so, ja, gutes Survival-Drama und so, gute Darsteller. Aber hier gibt keiner irgendwie so wesentlich mehr als sechseinhalb Punkte. Wo liegst du? Ich lieg bei acht. Okay. Acht von zehn. Oh, hier schreibt einer. Dschungel enthält wohl die ekligste Szene der letzten Filmmonate. Ja, ich glaube, ich weiß, welche er meint. Okay. Naja. Ja, aber das ist einfach mal, also Wüßberg hat es einfach auch mal auf den Punkt gebracht. Ja. Warum es beschönigen? Ja, also es ist ja erzählt worden. Ne? Ja. Dann muss halt auch mal was Ekliges gezeigt werden. Wenn das so war. Eiprägsam sein und nicht ein Gude-Laure-Film. Hm. Ja. Aber Dschungel, da, ich glaube, da kenne ich einen anderen, also einen anderen Film. Weiß ich, ob den jemand von euch kennt. Cannibal Holocaust. Sagt das jemand für euch was? Das klingt schon mal echt wirklich. Weil wir haben ja mal eine Nachricht bekommen, dazu kommen wir vielleicht später noch, dass wir vielleicht ein paar ältere Filme mit dran nehmen sollen. Der ist so aus den 80ern und irgendwie. Gab es Ewigkeiten in Deutschland überhaupt nicht. Beschlagnahmt, sonst was. Da geht es nämlich darum, da geht eine Forschergruppe verloren im Dschungel. Ja. Und dann finden sie nämlich, die haben nämlich Videoaufnahmen gemacht, die finden sie dann. So eine Art Found Footage, aber ganz früh. Ja. Und dann begibt sich da ein zweites Team dahin. Und dann zu gucken, was mit denen passiert ist. Und, ja, wie man schon an dem Titel ahnen kann, weiß man schon, was da gelaufen ist. Cannibal Holocaust von, ich glaube, von Ruggiero Deodato oder sowas war das damals. Hammerhartes Ding. Gibt es auch mittlerweile irgendwie Uncut. Also mittlerweile hat sich irgendwie der Jugendschutz so weit gelockert, dass man das auch bei uns in Deutschland, wenn ich es finde, verlinke ich es mal mit. Wenn mal jemand sich für die alten Schinken so interessiert. Ich glaube, momentan ist der eher so unfreiwillig komisch, wenn man sich den anguckt. Ja, Dschungel oder Cannibal Holocaust oder ein Double Feature machen zu Hause. Denn Dschungel gibt es ja jetzt auch im Fernsehen. Also müsste der eigentlich, warte mal, ich gucke mal, ob man den... Ich habe den jetzt auch da hingeguckt. Den gibt es auch schon auf DVD. Ja, ich gucke gerade mal, ob man den schon irgendwo streamen kann. Online verfügbar ist er auf jeden Fall. Gratis-Inhalt ist er noch nicht drin bei irgendjemandem. Aber sonst bei allen möglichen Anbietern ist er mit enthalten. Zum Kaufen dann halt. Okay. Ich habe auch einen geschaut gehabt im Streaming, nämlich Fahrenheit 451. Und zwar die neue Version. Ich habe das durch Zufall entdeckt gehabt, dass es das gibt. Der ist irgendwie im Kino an mir vorbeigegangen. Obwohl ich wahrscheinlich auch mich nicht getraut hätte, da reinzugehen. Weil ich das Original so sehr mag. Von 1966, von François Truffaut. Und ich glaube, das Buch dürfte ja fast jedem bekannt sein, oder? Musste man das nicht, glaube ich, sogar in Schulen manchmal lesen irgendwie? Ja, Ray Bradbury. Ja, genau. Also ich habe auch irgendwie... Also das war meine Einstiegsdroge zu Ray Bradbury. Und ich habe dann irgendwie die ganze Bibliothek hier direkt hinter mir auch. Also da gibt es ja noch etliche andere gute Bücher hier. Das Böse kommt auf leisen Sohlen. Der Tod ist ein einsames Geschäft oder Medizin für Melancholie erledigt. Ach nee, das war Orbel hier. Die Mars-Chroniken natürlich, auf denen auch sehr viele zum Beispiel Twilight-Sorenfolgen basieren oder so. Jedenfalls zurück zu Fahrenheit 451. Der hat ja den Titel, weil Bücher ab dieser Temperatur anfangen zu brennen. Das ist diese Entzündungstemperatur. Und es spielt in so einer düsteren Zukunft, in der die Feuerwehren kein Feuer bekämpfen, sondern Feuer legen. Nämlich Bücher verbrennen. Und das ist ja, in Deutschland kennt man das ja aus der Geschichte, hat das ja eher einen schlechten Beigeschmack. Und hier ist es so, ich rede jetzt von diesem neuen Film erstmal, von dem 2018 erschienenen. Da spielt Michael Shannon eine Hauptrolle und Michael B. Jordan. Den haben wir zuletzt gesehen bei Black Panther und in diversen anderen Filmen. Und Michael Shannon bei Nocturnal Animals zum Beispiel, ganz großartig. Und in anderen Filmen auch. Und die zwei Namen haben mich eigentlich dazu gebracht, den doch mal zu gucken. Und es wird die Geschichte so ein bisschen in die moderne Zeit umgesetzt. Das heißt, es werden hier zwar auch Bücher verbrannt, aber viele Bücher werden auch hier eingescannt und sind auf Festplattenservern gelagert. Da werden halt die Surfer dann zerstört zum Beispiel. Und das Ganze befindet sich in so einer Black-Mirror-artigen Zukunft, in denen so soziale Medien unheimlich wichtig sind. Also diese Polizei, die Feuerwehrmänner, die werden auch gefeiert wie Helden. Die kriegen dann immer Likes, wenn sie irgendwelche Bücher verbrennen, weil das wird alles immer live gestreamt und so. Und dann ist natürlich, wenn man das Buch kennt und die Geschichte an sich, gibt es natürlich dann irgendwann so einen Punkt, wo der Feuerwehrmann Montag anfängt, so ein bisschen daran zu zweifeln, ob das so richtig ist, diese Bücher zu verbrennen, weil er dann auch eine Person kennenlernt. Übrigens gespielt von Sofia Botea, die wir letztens, ich weiß gar nicht, in welchem Film wir die hatten, die Algerierin hier. Wo hatten wir die letztens? Wisst ihr das gerade? Nee, ich nicht. Ach komm, jetzt lass mich nicht hängen hier, meine. Jetzt gucke ich mal hier auf der eigenen Seite. Die hatten wir doch letztens in irgendeinem Sneak-Film oder in irgendeinem Film, den wir geguckt haben. Ant-Man in the West, natürlich. Da war sie doch dabei. Okay, jawohl. Und die spielt hier quasi die Frau vom Widerstand, die aber auch mit der Feuerwehr immer mal so Tipps zusteckt, um quasi selber nicht irgendwie da rein zu geraten in die Mühlen. Und es ist hier so, die Leute werden jetzt nicht irgendwie gefangen genommen, sondern denen werden so die Fingerabdrücke so weggebrannt für eine bestimmte Anzahl von Jahren. Das heißt, sie sind dann eigentlich so Aussätzige, also die können in der Gesellschaft überhaupt nichts mehr anfangen. Die können nichts mehr kaufen, gar nichts. Also sie sind quasi nicht mehr existent für zehn Jahre. Also es gibt da keine Gefängnisse. Und ja, der Feuerwehrmann fängt dann halt an zu zweifeln. Und dann gibt es mal so ein komisches Ding mit so einem, ach, ja, dass irgendwie alle Bücher der Welt sollen in so einer DNA-Struktur drin sein. Also es gibt natürlich auch die Szenen, die man aus dem Originalfilm kennt und aus dem Buch, auch, dass jetzt, dass es Personen gibt, die bestimmte Bücher einfach auswendig gelernt haben, damit man eben das physische Buch nicht mehr irgendwie transportieren muss, weil das unter Strafe gestellt ist, sondern die lernt das halt auswendig. Und dann noch dieser zusätzliche McGuffin in diesem Film, dass eben so eine Art, so eine DNA-Sequenz umprogrammiert wurde. Und da weiß man halt am Anfang nicht, wo steckt die jetzt drin. Also sind irgendwie alle auf der Suche dann plötzlich danach, nach ungefähr zwei Drittel des Films. Der Michael Shannon spielt den Vorgesetzten von Montag, von Michael B. Jordan. Und der hat aber selber auch so ein paar Zweifel, über die er aber hinwegkommt. Und ansonsten ist in dieser Zukunftswelt alles so, dass jeder hat so eine Art Alexa zu Hause. Das heißt aber hier, warte mal, wie haben die es genannt? Juxi ist es, genau. Und die überwacht dann auch die jeweiligen Wohnungen mit, ob da jemand irgend sowas macht, ja. An sich, also kennt ihr den Film und das Buch beide? Seid ihr da sattelfest? Ja, Film, nein. Okay. Also der alte Film hat natürlich eher jetzt so historischen Charme. Der ist auch nicht so wahnsinnig gut gealtert. Ich mag den trotzdem noch. Und das Buch oder der alte Film war relativ nah am Buch. Der neue ist natürlich ein bisschen weiter entfernt. Und ich komme erst mal zu den positiven Sachen. Also positiv fand ich wirklich, wie gut das in die neue Zeit transportiert worden ist mit diesen ganzen sozialen Medien und mit Alexa oder wie es heißt Juxi im Film. Die Darsteller waren großartig. Also Michael Shannon und Sophia Botea. Aber die Hauptrolle von Montag von Michael B. Jordan hat irgendwie überhaupt nicht zu dem gepasst, fand ich. Also da hätte ich lieber jemand anders gesehen. Zumal auch viele Sachen überhaupt nicht da thematisiert wurden, die da aufgeworfen wurden. Es ist sehr stylisch, extrem stylisch. Also es sieht fast ein bisschen aus wie Blade Runner. Die ganze Architektur, die Stadt mit den ganzen Werbungen und sowas. Also das haben sie wirklich gut hingekriegt. Das Ganze ist ja irgendwie von HBO-Films, stand am Anfang da. Das heißt also, ich weiß gar nicht, einen Kinostart hatte der aber gehabt. Irgendwie hatte ich das im Hinterkopf. Negative Sachen. Ich fand wirklich, was im Original so war, dass dieser Feuerwehr, wenn man feststellt, nach und nach, was da dran ist an den Büchern und wie viel Positives einem das bringen kann zu lesen und wie sich der Geist entwickelt. Und dann, wenn er die anderen Personen trifft, die auch lesen, dann erscheinen die plötzlich als die Normalen in der Welt. Und während die anderen, die eben nicht lesen und sich da einfach von der Gesellschaft irgendwie was vorsetzen lassen, die eigentlich so die Unnormalen sind. Und im Original ist ja so, er hat ja auch wirklich Probleme dann mit seiner Ehe. Der hat ja so eine Frau, das ist jetzt hier im Film auch nicht, wo er halt wirklich feststellt, dass sie sich einfach total entfremdet haben dann auch. Weil er fängt dann an zu lesen und macht sich Gedanken und die Frau ist weiterhin so ein nicht denkender Roboter, der da irgendwie seinen Tag verrichtet. Und hier in dem neuen Film war nämlich diese ganze Entwicklung, dieses innere Aufbegehren und sowas war überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist fast so Knall auf Fall. Irgendwann ist er jetzt plötzlich von der einen Seite zur anderen gewechselt und fand ich sehr schade, dass gerade so diese sanften Szenen, diese Rebellion, die dann langsam so aufkeimt, dass das nicht ordentlich dargestellt wurde hier im neuen Film. Und auch diese ganzen gesellschaftskritischen Themen, die sind hier wirklich in dem neuen Film zugunsten von Action einfach draufgegangen. Das war halt echt schade. Deswegen bekommt von mir die Neuverfilmung die 2018er Auflage von Farnheit 451, sagen wir mal 6 von 10, ja. Hatte überlegt, ob ich noch 6,5 gebe, aber nein, 6 von 10 ist okay. Weil ich habe den jetzt einmal gesehen, das ist okay. Und das war es auch. Also nochmal gucken. Der Wiederguck-Effekt ist da sehr gering, während den Originalfilm, den habe ich mehrfach gesehen. Ja, also angucken kann man sich den auf jeden Fall. Insbesondere dann, wenn man den Originalfilm nicht kennt, der jetzt wirklich eher so ein bisschen altbacken wirkt. Und das Buch auf jeden Fall lesen, ja, das ist auf jeden Fall wert. Das war meine Kritik zu Farnheit 451, den man jetzt irgendwie im Streaming-Service gucken kann. Vielen Dank, Erik. Ja, bitte, bitte. Die Kate hat auch noch einen. Ja, ich habe noch einen zweiten guten Film geguckt. Und zwar kann man jetzt auf Netflix den Film I Kill Giants angucken. Der kam vom Gefühl her erst dieses Jahr irgendwann im Kino. Also ist relativ schnell jetzt verfügbar. Seit 26. Juli gibt es den auch schon auf DVD. Worum geht es? Und das ist genau das Problem, man darf gar nicht so viel erzählen. Und es geht um ein junges Mädchen, die, also ich meine, ich muss überlegen, wie ich es anfangen. Also zum einen, sie heißt Barbara. So, und sie ist, hat ein bisschen familiäre Probleme und hat, das merkt man auch, und sie ist auch so eine Außenseiterin und hat eine unfassbar große Fantasie. Sie ist auch sehr zickig manchmal, also sie kann auch sehr gut Widerworte geben. Sie hat auch kaum Angst. Also sie hat so eine Tyrannin an der Schule und die klatscht sie quasi gegen einen Spind und bedroht sie und hat sie quasi schon im Würgegriff. Und sie haut ihr aber immer noch einen dummen Spruch um die Ohren. Ja, von daher, sie ist also so ein bisschen, bisschen tougher auch, ne. Und sie zeichnet sehr viel. Sie hat ein großes Buch mit den verschiedenen Rassen und Eigenschaften der verschiedenen Riesen. Denn in ihrer Fantasie oder in ihrer Welt, ob das jetzt echt ist oder nicht, das sage ich noch nicht, hat sie oder kämpft sie gegen Drachen, äh, gegen Riesen. Und zwar immer wieder gibt es so Vorboten, die sie erkennt und woran sie dann sieht, dass jetzt einer von diesen verschiedenen Riesentypen angreifen will, die Stadt und die Bewohner. Ähm, sie erkennt es dann und, äh, macht sich auf, um diesen Riesen zu töten und zu besiegen. Baut dann auch Fallen und legt Köder aus und so. Und jetzt ist halt die Frage, ist das alles echt oder ist das ihre Fantasie? Ähm, und das will ich jetzt in dem Moment auch gar nicht verraten, ne. Weil es ist ein sehr, sehr schöner Film über Kreativität, über Probleme von Kindern, über familiäre Probleme, die man versucht vielleicht zu verdrängen, ja. Ja, über, ähm, Freundschaften, die, äh, aufgrund, ja, verschiedener, verschiedener, äh, Gleichheiten, also verschiedene Interessen entstehen. Ähm, es ist ein Film, über was Erwachsenwerden für dieses Mädchen. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ohne, ohne den Twist zu verraten. Klingt für mich so ein bisschen wie das mit dem Baum da, was machen wir mal an das Niekarten, weißt du, was ich meine? Ja, so, ja, 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 so ein bisschen. So stimmungsmäßig. Ja, es ist auch ähnlich, ja. Also, ähm, es spielt an, ähm, an so Küstenregionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt England oder USA, Südkern oder Spiel, ist mir eigentlich auch egal. Äh, es spielt halt auf jeden Fall an der Küste. Und, ähm, da kommt dann auch so ein Riesen, Riese aus dem Meer am Purkenstiegen. Und, äh, sieht man auf dem, auf dem Filmplakat auch schon, dann ist sie da mit diesem Riesenhammer bewaffnet. Der ist, äh, was ganz Göttel, also was ganz Besonderes. Den da kann auch nur sie tragen und, äh, den muss sie beschützen. Und das ist nämlich ihr, äh, äh, Giant-Killer. Ja. Ich sehe gerade, da spielt ja Zoe Saldana mit. Ja. Sie spielt die, ähm, die, 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 an den Schulen gibt es doch so einen Schulseelsorger. Ach ja, so ein Kanzler. Die spielt so die Therapeutin da an der Schule und die muss sich noch ein bisschen mit ihr beschäftigen, weil halt die familiären Probleme bekannt sind. Also, sie lebt bei ihrer Schwester und ihrem Bruder. Die Schwester hat quasi so das Oberhaupt. Und, ähm, ja, das sind halt diese, diese Probleme oder dieses familiäre Bild wird erst im Laufe des Films klar, was da passiert. Und, ähm, ja, was es mit diesem Riesen auf sich hat und, ähm, mit, mit der Art und Weise, wie, warum sie so ist, wie sie ist. Weil sie ist anders. Sie trägt den ganzen Tag so ein Haarreif mit Haarenohren. Und sie sagt, das tut sie zu Ehren ihres Krafttieres. Ja. Und sie hat die abgefanzten Klamotten, sie näht sich irgendwelche Sachen da drauf, hat muschelige Haare und kümmert sich nicht darum, was die anderen sagen. Macht einfach ihr Ding. Und ist dadurch halt eben entsprechend auch angreifbar. Ähm, gerade für so eine Klassentyrannin bei ihr. Ähm, aber ihr, ja, ihr geht die Sprüche nicht aus. Sie ist ein sehr, sehr cleveres Mädchen. Ähm, aber, ja. Ist es auch was für Nicht-Harry-Porter-Fans? Ja, natürlich. Okay. Ja, muss ich auch mal fragen. Das steht von den Machern von Harry Potter oder von den Produzenten oder sowas, ne? Ja, das steht ganz oben drauf. Habe ich mich noch nicht getraut, das zu klicken. Es hat nicht mal ansatzweise irgendwas mit Harry Potter zu tun. Was? Gumbel Silber. Also auch nicht, auch nicht irgendwie eine magische Welt oder sowas. Ja gut, von dem Freund, der Tante, des Produzenten von Harry Potter hier oder so. Ganz genau. Okay. Naja, aber dadurch, dass es ja quasi, wenn man Netflix hat, kann man das ja kostenlos gucken, ist ja mit dabei. Also ich kann es empfehlen. Ich habe einige Pressekritiken gelesen, die den Film furchtbar schlecht fanden. Also da so punktemäßig ein und fünf Sternen oder so, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht, weiß nicht. Also ich mag ihn. Ich mochte den Film. Ich fand ihn echt schön. weil er so, ach, es ist schwierig zu sagen, ohne es genauer zu erklären. Es erzählt, der Film transportiert die Probleme eines Kindes oder eines Teenagers auf eine so schöne Art und Weise und auf so, aber gleichzeitig so eine bedrückende Art und Weise. Andererseits auch diese Riesen, diese unglaubliche Viecher, die da in den Wäldern rumlaufen und so. Also diese Idee dahinter, diesen Film und diese Geschichte so zu erzählen, hat mir Spaß gemacht. Hat mir gefallen. In dem Sinne möchte ich mal die App empfehlen. Ab Flix heißt die. Also Ab-U-P-Flix. Das ist eine kostenlose App. Da kriegt man dann immer eine Push-Nachricht, wenn was Neues gibt. Bei Netflix kommt halt täglich einmal. Und da steht drin, was Neues gibt. Und da ist zum Beispiel jetzt, heute kam die Nachricht, dass der Film nach sieben Tagen ausgeflittert von 2007 jetzt verfügbar ist. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Aber zum Beispiel seit 9.8. ist Doctor Strange jetzt drin. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, etliche Serien sind hier auch mit dabei. Ja, und da war eben auch dieser I Kill Giants mit genannt Paranormal Activity 4 ist seit 5.8. drin. Ja, und auch etliche ältere Filme. Ab Flix, kostenlose App, ein bisschen Werbung drin. Aber dafür kriegt man halt immer die neuesten Infos, was es Neues gibt auf Netflix. Jo. Dann sind wir soweit durch mit den gesehenen Filmen. Aber es kommen ja auch demnächst wieder neue Filme raus. Und wir haben schon mal ein paar Trailer geschaut. Möchtest du die uns kurz vorstellen, Kate? Oder soll ich machen? Nö. Nö. Mach du mal. Ich dachte, wir machen das als deine Rubrik demnächst. Aber na gut, dann nicht. Nein. The Girl in the Spider-Swap. Das habe ich nicht verstanden, den Trainer. Ihr kennt doch hier The Girl with the Dragon Tattoo und so Verschwörungen und wie hieß das alles. Das ist jetzt quasi der neue US-Produktion, Nachfolger davon. Von Fede Alvarez, der ja letztens mit dem Evil Dead Remake, also Tanz der Teufel, da ein richtig heftiges Ding abgeliefert hat. Und jetzt auch wieder basierend auf Stieg Larsons Büchern. Die skandinavische Serie, die gibt es ja schon. Also die, wie heißen die alle? Verschwörung, Verdammnis und sonst was alles. Verblendung. Ja, jetzt kommt halt der nächste Teil aus den US, aus der US-Schmiede. Vorher war es ja Numi Rapaz, die ist jetzt nicht mehr dabei. Das ist jetzt Claire Foy, was ich eine bessere Wahl finde, weil die sieht fast genauso aus wie die, also als Lisbeth Salander, wie die Original. Und der gefällt mir von der Stimmung her extrem gut, der Trailer. Ja, bei euch nicht? Ne? Ne, ich hatte nichts abgeholt. Okay. Ich hab auch The Girl with the Dragon Tattoo nicht gesehen. Okay, also du meinst das US-Remake hast du nicht gesehen? Ne. Ne. Hast du da Bedenken oder was? Weil du kennst das Original und wolltest dir das nicht antun oder per se nicht? Ne, das interessiert mich überhaupt nicht. Und das Original kennst du auch nicht, also die Trilogie da? Ne, okay. Also interessiert dich das eigentlich überhaupt nicht? Gar nicht. Ich weiß aber nicht warum, vielleicht soll ich es nochmal angucken, weil ich doch gut. Ich muss denen mal sagen, die müssen draufschreiben von der Tante des Produzenten von Harry Potter. Hey. Dann wird es für bestimmte Zielgruppen wieder interessanter, der Film. Ne. Ich fand die, also ich bin ja jetzt nicht der, der so viel so skandinavische Sachen irgendwie guckt, aber die drei Filme, die haben mich echt mitgerissen. Also die, das ist so wahnsinnig toll gemacht gewesen mit dieser Hackerin und mit Presse und diese ganzen Verschwörungen, wie das dann aufgelöst wird und wie schwierig das ist. Und das US-Remake fand ich sehr stylisch und hatte auch noch viel vom Original, war aber auf seine eigene Weise so ein bisschen. Deswegen, ich fand es auch ganz gut. Kannst du ruhig mal gucken, gibt es vielleicht auch. Wie gesagt, mich hat der Trailer nicht so abgeholt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt nicht so spektakulär. Es war so, oh, eine mysteriöse Frau. Oh, ah, Gän. Entschuldigung. Okay. Aber ich weiß, was der Kate gefallen hat. Nämlich unser nächster Trailer-Tipp. Smart Chase. Oder der deutsche Titel The Shanghai Job. Total. Action, geladen, pure. Orlando Bloom mit blonden Haaren. Ich mag Orlando Bloom nicht. Tut mir leid. Ach so, okay. Jetzt sieht er wieder mehr aus wie bei Herr der Ringe. Nein, ich mag es nicht. Bloß mit kurzen Blonden. Ich mochte den noch nie. Aber der Trailer sieht doch irgendwie sowas von unspannend aus und uninteressant. Überhaupt total. Aber der sieht auf jeden Fall nach Geld aus. Da ist richtig viel Geld verbrannt worden für den Film. Aber nicht mehr der Trailer schafft es zu rocken. Ich verstehe das nicht, was der Film überhaupt will. Keine Ahnung. Aber Orlando Bloom. Ich habe den Trailer für mich so zusammengefasst mit Blonder Bloom läuft viel in Shanghai rum. Und Pumuckl hat schon gesagt, was sich reimt, ist gut. Reimt, ist gut. Ja, ich glaube, das ist das Beste an dem Film. Also ein blonder Orlando Bloom, der läuft doch eigentlich nur rum in dem Film. Trailer, oder? Ja. Also mir kam es echt zur Vollzeit. Der ist nur am Laufen. Ich laufe mal nach da. Ich laufe mal nach da. Ja, der Titel heißt ja auch Smart Chase. Ja. Heißt aber nicht Smart Walk. Ja, aber egal. Aber im Deutschen heißt er The Shanghai Job. Ja, aber warum? Warum macht man sowas? Ich verstehe es, was soll ich nicht. Der Film hat einen Titel. Der ist englisch. Warum muss man dann einen anderen Titel machen, der auch englisch ist, der aber viel blöder ist? Jetzt schicke ich dir mal den Link hier. Jetzt guck dir mal das Poster an. Das deutsche Poster. In Anführungszeichen deutsche Poster. Das sieht doch aus wie etliche andere Filme, die auch irgendwas mit Job. Da gab es so The Bank Job mit Jason Statham und irgendwas Job. Und The Italian Job, weißt du? Und die denken halt, ja, jetzt reiten wir auf der Welle. Stimmt. Du hast recht. Und wahrscheinlich wissen die, weiß der Filmverleih, oh, der Film ist scheiße. Wir müssen da irgendwie versuchen. Da irgendwie, ja, es gibt ja auch manchmal diese Fake Blu-rays. Da kommt irgendwie ein neuer Film irgendwie im Kino, der ein bisschen Erfolg hat. Dann gibt es irgendeine Blu-ray. Ja, was weiß ich. Die heißt dann auch irgendwas mit Moon. Irgendwas, die so ähnlich klingt, wie der Film da gerade im Kino läuft. Und alle, die greifen dann manchmal ins falsche Regal oder so. Vielleicht ist das auch so. Naja, also bin mal gespannt. Vielleicht sagen ja die Hörer was dazu. Vielleicht finden die den gut. Also auf jeden Fall, ja, der asiatische Markt wird da voll in den Fokus genommen bei diesem Film, würde ich mal sagen. Ja, und wenn man wieder Orlando Plum beim Laufen sehen möchte. Ach ja, und ich habe ja noch ein, was jetzt gelesen, der Skyscraper. Der ist ja in den USA so okay gelaufen, jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber auch nicht überraschend. In Europa auch so eher, naja, aber in Asien, da geht das Ding ab wie geschnitten Brot. Also der hat irgendwie zigmal seine Einspielkosten allein in Asien gemacht. Und das ist wohl jetzt so die Art von Filmen, die sie da gern für diese Regionen produzieren. Die wird wohl gern genommen. Irgendwie so ein Star, der das Ganze ein bisschen zieht. Ein internationaler Star und dann etliche asiatische Stars, die wir vielleicht gar nicht kennen. Ich glaube hier bei diesem Shanghai-Job, da spielt auch irgendwie so ein YouTube-Sternchen aus. Oder wie heißt das nicht? YouTube heißt das nicht bei denen. Aber irgendein Internet-Sternchen aus Asien da mit, aus China. Ja, vielleicht ist das so das Erfolgsrezept. Da wird uns demnächst noch viel mehr erwarten. Der nächste Star Wars spielt bestimmt auch auf einer chinesischen Basis dann. Ja, als nächstes 25 Kilometer pro Stunde. Ja, fand ich witziger, den Trailer. Ich auch. Und zwar, ich mochte auch die Stimmung in dem Trailer vielleicht mal ganz kurz. Bjarne Mädel und Lars Eidinger spielen dort die Hauptrollen. Das sind zwei Brüder, die haben sich schon länger nicht mehr gesehen. Und jetzt auf der Beerdigung vom Vater treffen sie sich wieder. Und man kennt ja solche Geschichten, siehe Garden State oder sowas, wenn irgendwie welche wieder zurückkommen nach Hause. Und dann in so einer alkoholgeschwängerten Party kommen sie halt auf die Idee, Mensch, wir wollten doch damals mal mit Morfas irgendwie quer durch Deutschland. Jetzt lass uns das doch mal machen. Ehe es uns dann selber, die Einschläge kommen halt näher. Jetzt ist schon der Vater gestorben. Jetzt lass uns das doch einfach mal machen. Und dann haben sie so eine Art Bucketlist. Also ohne, dass jetzt einer von denen, zumindest im Trailer kommt es jetzt nicht raus, dass einer von denen irgendwie unheilbar krank ist oder so. Das gibt es ja so andere Filme. Sondern sie machen es halt einfach so, dass sie ihre Bucketlist vorher schon abhaken. Da gehört halt zu, dass sie mal beim Griechen irgendwie die ganze Karte bestellen wollen. Und alles irgendwie essen wollen. Ja, und wollen halt mit ihren Morfas, mit denen sie eben nur 25 kmh fahren können, eine Heimat durch Deutschland durch. Ja, fand ich extrem schön, also den Trailer. Also Bjarne Mädel, ich finde es auch gut, dass er jetzt nicht immer noch mit dem aus Stromberg irgendwie assoziiert wird. Mit Tatortreiniger hat er ja schon richtig gut abgeliefert und hat mir sehr, sehr gefallen. Hätte ich gerne mal einen Sneak, den Film. Ja, ich glaube, das wäre auch ein cooler Sneak-Film. Film für die Sneak, ja. 31.10. startet er. War ganz interessant. Also ich habe zuerst gedacht, so, oh, nicht noch ein Road-Movie, nicht noch was über Brüder und so. Aber ja, ich glaube, mit dem letzten Teil vom Trailer hatte mich der Film dann kurzzeitig. Mit Fick dich Niedersachsen. Das war Nordrhein-Westfalen. Fick dich Niedersachsen, du bist so hässlich und was weiß ich. Das war Nordrhein-Westfalen. Ja, also das, ja, könnte gut werden, aber wie gesagt, wir haben nur die Trailer. Wir werden euch die drei Trailer, die drei Trailer Martha Lincoln hier auf kinocast.net in dem Beitrag unten rechts. Und dann könnt ihr es euch natürlich nicht nehmen lassen, dann auch einen Kommentar zu schreiben, liebe Hörer, wie ihr das findet. Auf welchen Filmen von den dreien ihr euch vielleicht freut oder was ihr vielleicht dann doch nicht so gut fandet. Aber wir, bevor wir jetzt hier 31.10., da ist ja noch eine Weile hin, wir gucken mal, was diese Woche so anläuft in den Kinos und was so in den Charts ist. Den Charts sitzt in Stuttgart, wo immer noch Ferien sind, wie folgt aus. Platz 10, meine teuflisch gute Freundin. Platz 9, Skyscraper. Hey. Platz 8, ganz im Glück mit S. Ganz im Glück, dieser Animationsfilm für Kinder. Ach, da ist mir eingefallen, wir haben einen Trailer vergessen. Es gibt einen Benjamin-Blümchen-Trailer. Habt ihr den gesehen? Nee, noch nicht. Nicht noch ein Realfilm. Nee, so ein 3D-animiert. Und auch nicht mal gut animiert, fand ich. Die machen jetzt auch Dumbo im Real und mit Animationen. Ja, richtig real, mag ja schön sein, aber diese Animation von Benjamin-Blümchen, ich meine, das kommt bestimmt irgendwo aus Deutschland, das sah echt nicht besonders aus. Dann, ja, das ist so eine Mischung halt Realfilm und Animationsfilm. Naja, vielleicht reden wir das nächste Mal drüber. Ja, ganz im Glück, deine Juliet auf Platz 7 in Stuttgart. Platz 6 ist Catch Me mit Jeremy Renner, wo die da fangen spielen. Platz 5, The Mag. Da habe ich jetzt auch wieder so viel drüber gehört, ich glaube, ich muss den gucken. Ich glaube, der ist so scheiße, den muss ich nicht gucken. Das ist, ja, vielleicht sogar im Kino. Mal gucken. Ich mag ja so Hai-Filme. Ach, da haben wir letztens beim Durchzappen, jetzt am Wochenende, lief Three-Headed Shark Attack auf irgendeinem Science-Fiction-Kanal. Also ein Hai mit drei Köpfen, ne. Und meine Frau hat so gesagt, ach, den Scheiß aus. Ich will wenigstens mal den Hai sehen. Weil da stand erst nur der Titel da, ne. Und dann haben wir uns so kaputt gelacht über diesen Film. Ja, weiter geht's. The Mag. Platz 4, Mamma Mia, Here We Go Again. Platz 3, Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Platz 2, Ant-Man and the Wasp. Und ich glaube, wir haben eine neue Nummer 1, das ist nämlich Mission Impossible Fallout. Hier in Stuttgart. Der nicht so toll sein soll. Da habe ich auch was anderes gehört. Habe ich gehört, das soll so ziemlich der beste Film sein. Ja, aber es soll fürchterlich vorhersehbar sein. Habe ich jetzt gehört. Also keine Ahnung. Vorher besser. Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen keine Ahnung. Nur das habe ich gehört. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe dafür was anderes, viel, viel besseres gelesen. Filter Bubble. Was viel Schöneres gelesen habe ich, Erik. Über den Film? Nein, aber zu einem anderen Film. Zu Avengers Infinity War. Oh. Weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Spoilern. Was hast du denn gelesen? Wie wäre, darf man diesen Film inzwischen spoilern? Darf man spoilern? Ansonsten machen wir hier mal, oder kann ich ganz kurz noch die, was im Kino anläuft jetzt machen oder würde dich das sehr unterbrechen? Weil dann ansonsten machen wir danach, dann nehme ich den Spoiler-Trenner und dann können wir loslegen, okay? Okay, ja. Schnell, also Equalizer 2 läuft diese Woche an, 16.8. Christopher Robin, da geht meine Frau mit meinem kleinen Sohn rein. Das haben die schon ausgemacht. Das wollen die unbedingt sehen mit Winnie Pooh halt und Ewan McGregor und das sieht einfach so toll aus. Ich habe jetzt so viel Material. Ich habe die ganzen Trailer da über Apple TV da auf dem großen Fernseher mit dem Kleinen zusammen angeguckt und die ganzen Ausschnitte, die es da schon gibt auf YouTube. Total begeistert. Also auch wie toll die die Figuren animiert haben. Ganz super. The Darkest Minds, die Überlebenden. Ein dystopischer Science-Fiction-Thriller für Young Adults. Da werden Kinder mit speziellen Fähigkeiten von der Regierung verfolgt und in Lager gesteckt. Oh, was ist denn das für eine generische Geschichte? Das haben wir schon zigmal gesehen, oder? Ein Dorf zieht blank. Da habe ich den Trailer gesehen, fand ich sehr lustig. Die Komödie um den Bürgermeister eines französischen Dorfes, der mithilfe eines berühmten Nacktfotografen auf die bittere Lage der Bauern aufmerksam machen will. Da gab es ja schon mal Kalender-Girls oder sowas, die dann so einen Nacktkalender gemacht haben, die älteren Frauen. Ja. Gab es auch eine Folge bei IT Crowd, wo sie was machen wollten. Ja. Die Endless, ein Mindfuck-Thriller. Da besuchen zwei Brüder, Justin und Aaron, besuchen ein UFO-Kult, der von übernatürlichen Ereignissen heimgesucht wird. Ja, meine Güte. Breaking In, den hat man in der Sneak, da reden wir nicht mehr drüber, der war nicht so besonders, wo die Mutter wieder zurück einbrechen will in ihr Haus, weil sie ausgesperrt ist. Forever My Girl, ein Roman von Heidi McLaughlin über einen jungen Countrystar, der nach langer Abwesenheit in seine Heimat zurückkehrt. Der läuft nicht bei uns. Und sowas von da, von Tino Hanekamp, geht es um den Besitzer eines Hamburger Clubs, der zu einer Party lädt, bevor die Gentrifizierungsmaschine anrollt, ein Anime, ein Anime-Film, Teen Titans Go to the Movies. Und ich habe gehört, da soll Stan Lee irgendwie sogar eine kleine Nebenrolle drin haben, eine Cameo-Rolle. Habe ich jetzt gespoilert? Oh je. Don't worry, weglaufen geht nicht. Tragikomisches Porträt eines querschnittsgerämmten Kartonisten und sein Kampf gegen den Alkohol. Klingt nicht gerade nach einem Feelgood-Movie. In the Middle of the River. Ach, da kann ich mich erinnern, da hat uns die Firma gefragt, der Verleiher, ob wir den mal rezensieren wollen. Da hat jemand bei uns die Hand gehoben. Das Drama von Damien John Harper um einen Irakkriegsveteran, der traumatisiert in seine Heimat zurückkehrt, um den Mord an seiner jüngeren Schwester zu rächen. In der nächsten Sendung hört ihr mehr davon. Denn jemand von uns wird das schauen. Ist das so, ja? Haben wir denn da was für? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir einen Link bekommen, wo du den gucken kannst. Ja, okay. Das waren die Filmstarts für diese Woche. Und jetzt, wenn ich den... Haben wir ewig nicht gebraucht. Hier ist er. Achtung, Spoiler-Warnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. So, dann leg mal los über deinen... Vor allem ausschalten finde ich echt hart. Es kommt vielleicht noch was. Ich kann es ja nochmal neu einsprechen, dann irgendwann sage ich, bitte überspringen oder sowas. Ja, ja, ja. Also, es geht in Infinity War, wissen wir ja, dass am Ende sich die Hälfte auflöst, richtig? Echt? Ja. Ja. Okay, das wissen wir ja inzwischen. So. Und wir wissen auch, bei einem dauert es tatsächlich kurz etwas länger. Bei wem? Das weiß ich nicht mehr. Strange. Ging das nicht alles genauso schnell? Nein, bei Strange lässt sich... Nein, nein, nein. Es dauert tatsächlich länger bei Peter Parker. Spidey. Achso, weil er gesagt hat, er will nicht gehen. Ja. Genau. Er möchte nicht gehen. Bitte, Mr. Stark, ich möchte nicht gehen, ich möchte nicht sterben. Ja. Dann wisst ihr, warum es bei ihm länger dauert. Warum? Weil er seine gesamte Heldenkraft, seine gesamte Kraft da reinsteckt, nicht gehen zu müssen und deswegen kämpft er so lange dagegen an, bis er einfach auch nicht mehr kann. Ist das nicht traurig? Ist das jetzt eine Theorie oder ist das offiziell? Nein, das ist ein Fakt, das haben die Filmemacher bestätigt. Alternative Fakten hier. Also der hat wirklich dagegen gekämpft, dass es nicht so weit kommt. Und hier die Ant-Man-Kumpels, die nicht. Geht er auf dem Parkhaus rum? Nee, die haben das alle nicht. Denkst du, nur Peter Parker wollte ja nicht gehen. Hm. Das ist ja komisch. Mal drüber nachdenken. Wahrscheinlich kommt da ein Venom. Deswegen gibt es den Venom-Film. Oh, da habe ich über den Venom-Film, da kann man ja auch mal kurz noch, jetzt sind wir eher in einem Spoiler-Talk drin. Da habe ich nichts Gutes jetzt, also aus dem Bereich der Fans habe ich irgendwie nichts Gutes gehört. Die sind überhaupt nicht zufrieden mit der Darstellung jetzt in dem Trailer, über den hatten wir ja letzte Woche gesprochen. Und ich weiß nicht, mit Tom Hardy und so, dass es überhaupt nicht passen würde, so von der Art her und wie sie die Figur angelegt haben und so, wäre das irgendwie ganz, ganz furchtbar. Aber ich warte da mal lieber den richtigen Film dann ab, weil ich fand ihn ganz cool. Ach ja, genau. Und Tom Hardy hat sich nämlich selber in einem Interview beschwert, dass sie den Film zu Kind- und Jugendgerecht machen wollen oder gemacht haben, dass sie wohl einige härtere Szenen wohl geplant hatten, die jetzt nicht umgesetzt werden, damit er irgendwie eine Freigabe ab 13 bekommt in den USA, PG-13. Weil wir hatten ja noch überlegt gehabt, was der wohl für eine Freigabe bekommt, weil der doch etwas gruselig aussah. Und dann soll das wohl doch eher so in der Jugendrichtung angesiedelt sein, die Freigabe. Also doch kein Deadpool, kein R-Rated oder so. Wäre doch mal cool gewesen, mal so einer, der so richtig rumfleischt. da und, ich meine, wenn du schon solche Zähne da hat, da. Na. Okay. Okay? Sind wir wieder fertig mit dem Spoiler-Talk? My mission is to protect you. So, dann machen wir wieder weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, das hatten wir. Dann sind wir doch eigentlich schon bei den sonstigen Themen. Nämlich, wir haben auch Post bekommen. Briefkasten. Wir haben zum einen einen Audiokommentar zugeschickt bekommen. Der ist allerdings ein bisschen länger, deswegen, ich glaube, das reißt dann zu sehr heraus, wenn wir den jetzt komplett abspielen. Aber Kate, vielleicht kannst du mal zusammenfassen, was der Rainer so gesagt hatte. Der Rainer lädt uns ein, um dieses ganze kulinarische Thema mal zu beenden, mit ihm in einem Restaurant, was er kennt, mal Hirnsuppe essen zu gehen. Oder alternativ irgendwas anderes. Das war das zu Oliver, nicht der Rainer. Hallo? Der Oliver, ja. Du hast gesagt, der Rainer lädt uns ein. Ach so, sorry, das war mein Fehler, aber ich habe dir Rainer in den Mund gelegt, sorry. Genau, ja, das war mein Angebot und einfach so ein bisschen austauschen über den Kinocast. Ja, genau. Er hat dann nämlich noch so ein paar Verbesserungsvorschläge, dass wir auch vielleicht mal so ein paar ältere Filme besprechen sollten. Ja, habe ich heute gemacht. Cannibal Holocaust. Jetzt bitte, liebe Hörer, alle den gucken und dann Kommentare schreiben, ob das, ja, was war oder nicht. Genau, also wegen der Hirnsuppe, ja, ich weiß nicht, da, hm, also, hm, also, da klang der Zwiebelrostbraten, der klang dann schon besser, den er mit erwähnt hatte. Mal gucken. Jetzt ist ja eh erst mal bald, also, ich kündige ja schon mal an, also, heute, äh, morgen gehe ich ja nochmal mit in die Sneak und dann werden wir bestimmt auch nochmal eine Sendung aufnehmen, aber dann wird es bestimmt wegen mir mal eine kleine Pause geben, weil ich dann mal eine Weile unterwegs bin, unter anderem auch auf der Gamescom und, ähm, dann auch mal ein bisschen Urlaub habe und so, genau. Eine kleine Sommerpause. Das heißt, genau, wir werden dann mal ein bisschen Kreativpause machen. In der Zwischenzeit könnt ihr alle Pausentee.net hören, denn bei Eishockey, da geht es wieder richtig los. Ja, Montag nehmen wir wahrscheinlich auf. Genau, da könnt ihr wenigstens mal einen Chris weiterhören. Falls ihr hier die Stimmen vermisst. Ja. Okay. Ja, dann, äh, weiß ich nicht, müssen wir dann danach am besten mal gucken, ob es dann irgendwie mal klappt mit kulinarischen Terminen oder so. Oder wir laden mal geneigte Hörer noch zusätzlich mit ein. Okay, ähm, ja, das dazu. Wir hatten auch, glaube ich, noch einen normalen Kommentar. Ja, das Supergoofy hatte, ähm, hatte anscheinend nur die Sternchen gesehen, die wir gegeben haben, hat sich schon gefreut, dass es nach längerer Zeit mal wieder nach einem richtig starken Sneakfilm aussah. Er ist schon total gespannt auf die Folge, hat aber dann nichts mehr geschrieben. Ich weiß nicht. Hm, ja, Supergoofy. Und, da fehlt noch was. Ähm, okay, dann, ach ja, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, die Postkartenaktion, wo wir so ein bisschen die digitale Welt und die analoge Welt wieder ein bisschen verknüpfen wollen. Das heißt, wer von mir aus dem Urlaub eine Postkarte geschickt bekommen möchte, eine Ansichtskarte, der soll mir einfach mal seine Adresse schicken. Das haben jetzt schon fünf Leute getan, tatsächlich. Und ihr könnt das auch weiter noch tun, solange wie ich noch nicht im Urlaub bin. Im Urlaub wird es vielleicht ein bisschen schwierig, so mit Internet. Da weiß ich noch nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Macht es am besten vorher. erik.c.kinokast.net und schreibt einfach eure Adresse und dann kriegt ihr eine Ansichtskarte aus dem Urlaub. Die kommt dann wahrscheinlich später an, als ich wieder da bin, aber egal. Okay, dann schaue ich mal rein, wer so unsere Amazon-Affiliate-Links genutzt hatte. Denn ihr könnt den Kinocast unterstützen, indem ihr zum Beispiel über unsere Links, die bei jedem Beitrag mit dabei sind, irgendwie euch bei Amazon durchklickt und dann zum Beispiel irgendwas kauft, was ihr sowieso kaufen wolltet. Oder einfach so ganz normal was spenden, was ja auch der Markus gemacht hatte. Von dem seiner Spende wir immer noch zehren, was die Serverkosten angeht. Vielen Dank dafür. Und in den letzten sieben Tagen sind folgende Sachen bestellt worden. ein Münzsortierer HMF 4700. Um Gottes Willen. Ein Riesenteil. Das sieht so aus wie das, was früher, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, die Straßenbahn-Kassierer oder Schaffner, die hatten so ein Ding, wo du da oben, kennt ihr das, die Röhrchen, wo dann so die Münzen reingeschmissen wurden? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Kenn ich. Und unten, wo du so ein kleines Ding hast zum Drücken, dann kommt genau eine Münze raus. Dann hat jemand wahrscheinlich vorbestellt, weil ich glaube, da gab es jetzt erstmal den Trailer Red Dead Redemption Teil 2 für die Playstation 4. Habe ich jetzt bloß den Trailer gesehen, der sah saugeil aus. Eine VitaFit digitale Personenwaage. Ja, sieht auch schön aus. Schraubendreher. Set 110. Was auch immer das ist. Oh, so richtig mit ganz vielen Bits und so. Aha, coole Sache. Und NHL 19, Chris, hast du zugeschlagen? Entschuldigung, ich habe jetzt mal vorgestellt, klar. NHL 19 für die Playstation 4. Natürlich. Gibt es da auch was Neues wie bei FIFA? Ich habe nämlich gehört, bei FIFA 19, da wird es einen Modus geben, in dem es keinen Schiedsrichter gibt. Quasi so eine Art, für die Älteren werden sich erinnern, es gab mal auf dem Amiga ein Spiel, das hieß Speedball. Wo man quasi die Leute verprügeln konnte und machen konnte, was man wollte. Wo es halt einfach nur darum ging, den Ball irgendwie da in das Tor zu bringen. Das klingt ja dann fast genauso, oder? Gibt es das bei NHL auch dann? Ja, es gibt halt diesen Lake-Modus, also wo man draußen spielen kann jetzt. Auf dem zugefrorenen See, das ist ganz witzig. Okay, so, ich gucke gerade mal. NHL, PS4. Ich habe gerade mal bei NetGames geschaut. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel es da günstiger gewesen wäre, das kannst du ja selber gucken. Das ist aber kein NetGames. Kein Affiliating, genau. Außerdem haben wir ja Best-Price-Garantie. Achso, dann schick denen mal den Link da. Kannst du sagen, hier, da ist es so und so viel billiger. Ja. Okay. Jo, dann sind wir soweit durch, denke ich, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Meine Tochter hat ein paar neue YouTube-Filme erstellt. Die habe ich auch schon mal auf Twitter geteilt. Könnt ihr ja auch mal liken oder einen Kommentar da lassen, liebe Hörer. Da freut sie sich. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann morgen im Kino. Und dann nächste Woche, ja, gibt es dann die neue Folge. Und dann ist erstmal eine Weile Ruhe, würde ich sagen. Sommerpause. Bis dann. Vielen Dank fürs Mitmachen. Chris und Kate. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinoom. Tschüss. τέ